In dieser Sitzung geht es darum, einige Strategien zu entwickeln, die dem häufigen Reiterproblem des Zusammensinkens entgegenwirken. Wir werden diese Sitzung auf einem Hocker oder festen Stuhl durchführen. Nimm dir einen Moment Zeit, wenn du dich auf den Stuhl setzt, um den Kontakt deiner Gesäßknochen zu spüren. Du könntest dir sogar vorstellen, du säßest im Sattel. So könntest du dir das Gewicht auf deinem rechten Gesäßknochen auf der rechten Seite deines Sattels und das Gewicht auf deinem linken Gesäßknochen auf der linken Seite deines Sattels vorstellen. Und natürlich kannst du diese Sitzung auch tatsächlich geritten durchführen. Nimm wahr, wo dein Gewicht gerade ist, ohne dass du etwas veränderst. Und dann nimm deine beiden Schultern wahr. Die rechte Schulter, die linke Schulter und beobachte, fühlen sich die beiden Schultern auf gleicher Höhe an oder ist eine Schulter ein wenig höher als die andere? Dann verfolge vor deinem geistigen Auge den Abstand zwischen deiner rechten Schulter und der rechten Seite deines Beckens und deiner linken Schulter und der linken Seite deines Beckens. Nimm wahr, welcher Abstand größer und welcher kürzer ist. Und dann hebe ganz sanft und sehr behutsam einen Gesäßknochen vom Stuhl weg und führe ihn zurück und schau, welchen du gewählt hast. Wie einfach ist die Bewegung und wie führst du diese Bewegung aus? Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du deinen Gesäßknochen anheben kannst. Du kannst ihn mit den Muskeln in der Taille anheben. Du kannst dich mit dem Fuß abstoßen. Du kannst deinen Brustkorb zu einer Seite schwingen und den Sitzknochen irgendwie nach oben ziehen. Einfach drei verschiedene Arten, die gleiche Bewegung auszuführen. Beobachte, welche du wählst. Nachdem du das ein paar Mal gemacht hast und die Qualität spürst, die Leichtigkeit und die Reichweite, wechselst du auf die Seite, die du nicht gewählt hast. Hebe ihn zunächst ein wenig vom Stuhl ab und führe ihn zurück. Gehe ein paar Mal hin und her, heben und senken. Spüre, wie deine Strategie auf dieser Seite ist. Drückst du mit dem Fuß? Benutzt du deine Muskeln und deinen Oberkörper? Schwingst du die Brust? Manche lehnen sich auch mit dem ganzen Oberkörper nach vorn und ziehen den Gesäßknochen nach oben, sozusagen eine vierte Option. Nun halte mit beiden Gesäßknochen auf dem Stuhl inne und wieder achte auf deine Gewichtsverteilung. Und nun lege deine Hände seitlich auf den Brustkorb. Wenn es für dich schwierig ist, deine Hände so zu platzieren, kannst du die Arme kreuzen und sie so auflegen. Aber ich werde meine Hände mit den Fingern nach vorne auf die Rippen legen. Hebe nun einen Gesäßknochen an, wieder zurück und dann hebe den anderen Gesäßknochen und zurück. Fühle, was unter den Händen passiert. Wie reagieren die beiden Seiten deines Brustkorbs auf diese Bewegung, das Gewicht seitlich in die eine Richtung und dann die andere Richtung zu bewegen? Du wirst vielleicht spüren, dass sich eine Seite deines Brustkorbs sogar ein bisschen mehr eingedrückt anfühlt als die andere. Das ist für uns alle ziemlich normal. Es ist wirklich eine der Hauptursachen für dieses Gefühl des Zusammensinkens. Und dass man oft in eine Situation gerät, in der eine Seite so aussieht, als könnte man nichts anderes tun, als sie zusammengezogen zu halten, während die andere Seite in die Länge gezogen ist. Das verändert natürlich auch die Gewichtsverteilung. Kehre zurück in die Mitte, lasse die Hände fallen und hebe ganz leicht einen Gesäßknochen an und dann den anderen. Spüre, wie das jetzt ist. Und nun probiere Folgendes. Nimm deine Hände und lege sie auf deinen Kopf. Du kannst deine Finger verschränken, dabei werden deine Ellbogen auseinandergezogen. Beginne nun abwechselnd immer einen Gesäßknochen anzuheben und abzusenken. Jedes Mal, wenn du einen Gesäßknochen anhebst, beobachte, wie sich der gegenüberliegende Ellbogen bewegt. Hebt er sich nach oben? Bewegt er sich waagerecht? Neigt er sich vielleicht nach unten? Schließe die Augen und beobachte, ob du verfolgen kannst, wie sich deine beiden Ellbogen durch den Raum bewegen, nach rechts und nach links. Es ist fast unvermeidlich, dass sie einen unterschiedlichen Weg nehmen, weil wir alle asymmetrisch sind und uns auf unserer dominanten Seite und unserer nicht-dominanten Seite unterschiedlich bewegen. Kehre in die Mitte zurück und du kannst deine Arme für einen Moment ausruhen, aber dreh dich so, dass dein Gesicht nach rechts zeigt. Dreh dein Becken, führe ein Knie nach vorn, ein Knie nach hinten und richte dich so aus, dass dein Kopf, dein Brustbein und dein Schambein alle mehr oder weniger übereinander sind. Nimm die Hände noch einmal auf den Kopf, du bleibst dabei nach rechts gedreht. Verlagre nun dein Gewicht mehr auf den rechten Gesäßknochen, zurück zur Mitte und auf den linken Gesäßknochen und beobachte, wie deine Ellbogen in dieser verdrehten Position reagieren. Wenn du also deinen linken Gesäßknochen anhebst, geht dein rechter Ellbogen nach oben oder geht er nach unten? Und wenn du deinen rechten Gesäßknochen anhebst, geht dein linker Ellbogen nach oben oder nach unten? Kannst du beide Ellenbogen gleichzeitig verfolgen? Achte darauf, dass du dabei deinen Kopf nicht nach unten drückst, deine Wirbelsäule komprimierst. Das Gewicht deiner Hände ist also leicht und kannst du das beschleunigen? Du schwingst also dein Becken wie ein Pendel und alles darüber passt sich an, um dir zu helfen, dein Gewicht auszugleichen, während du es verlagerst. Wie atmest du? Machst du das mit den Muskeln in deiner Taille oder benutzt du deine Füße zum Schieben? Oder kombinierst du es? Lasse dies nun, komm zurück in die Mitte, lege deine Hände ab und beobachte, wie dein Gewicht jetzt verteilt ist. Und nun verlagere dein Gewicht ein wenig nach rechts und nach links und beobachte, was sich verändert hat. Was ist einfacher, leichter, beweglicher geworden? Lege deine Hände vielleicht auf die Rippen, spüre, wie deine Rippen die Bewegung des Anhebens des einen Gesäßknochens und dann des anderen Gesäßknochens aufnehmen. Und dann probiere das auf der anderen Seite. Du drehst dich also nach links, halte deine Nase, dein Brüstbein, dein Schambein übereinander. Lege deine Hände auf den Kopf und nimm dir einen Moment Zeit, um das Gleichgewicht zu finden. Dein rechtes Knie kommt nach vorn, das linke nach hinten. Die Hüftgelenke drehen sich und beginne dann, dein Gewicht zu verlagern. Und jetzt, während du deinen rechten Sitzknochen anhebst, kannst du deinen linken Ellbogen anheben und einen Bogen an der Wand links von dir nach oben beschreiben und dann wieder herunter. Und während du deinen linken Gesäßknochen anhebst, kannst du deinen rechten Ellbogen anheben und einen Bogen an der Wand zeichnen, sodass du anfängst, die Seite zu verlängern, die du nicht anhebst. Du lenkst sie von der Schulter bis zum Becken, sodass du die Rippen auf dieser Seite mit einbeziehst und sie sich wie eine Ziehharmonika öffnen. Eine Seite deiner Rippen öffnet sich, die andere schließt sich. Achte auf deine Atmung, finde einen Rhythmus, einen Bereich, wo du leicht atmen kannst. Beschleunige das, steigere die Geschwindigkeit, suche ein Tempo, das leicht zu handhaben ist und bei dem du nicht aus dem Takt gerätst. Unterlasse dies, komme zurück zur Mitte, lasse die Hände ruhen und spüre, wie dein Gewicht verteilt ist. Hebe ein paar Mal die rechte und an die linke Seite. Spüre, wie sich deine Rippen nach außen wölben und sich auf die Seite verlagern, auf der du mehr Gewicht hast. Bekommst du dieses Gefühl, dass deine Rippen beim Schwingen deines Beckens ein bisschen wie ein Pendel sind oder funktioniert das Akkordeon-Bild für dich? Und dann halte noch einmal inne. Lege wieder die Hände auf den Kopf und stelle dir vor, dass du reitest. Vielleicht reitest du ja auch wirklich. Und wenn du mit beiden Händen auf dem Kopf reitest, Hut ab. Fange nun an, die kleinste Bewegung zu machen, die du noch spüren kannst, wie sich der eine Sitzknochen hebt und der andere Sitzknochen hebt und spüre, wie diese Bewegung oben im Rumpf ankommt, in den Schultern, in den Ellbogen. Dein Kopf kann gerade bleiben, aber du kannst es beschleunigen. Fühle, wie viel Regulierung du in deinen Rippen, deinem Becken und deiner Wirbelsäule hast. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, wie das Vorhandensein dieser Art von Bewegung bei vielen Gangarten hilft, wenn du das nächste Mal reitest. Lass dies, nimm deine Arme nach unten, spüre deine Balance, deine Länge, den Abstand zwischen deiner rechten Schulter, der rechten Seite deines Beckens, deiner linken Schulter, der linken Seite deines Beckens, die Form deiner beiden Seiten deines Brustkorbs. und jetzt noch die Länge deiner Taille zwischen deinem Becken und deinen unteren Rippen und dabei werden wir es belassen. Und dabei werden wir es belassen.